Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir es jetzt mit neuem Elan innerhalb von zwei Folgen schaffen, aber... Tja, und ja, du hättest es ja schaffen können, du Affa! Und? Inhalb von zwei Folgen, du hättest es sogar fast innerhalb von einer Folge schaffen können. Fast. Das heißt, wir sind schon fast eine Folge unnötig hier. Aber das müssen wir jetzt die ganze Zeit vorhalten, solange wir hier drin sind, ja. Zumindest in dieser Challenge, ja. Und in den letzten Challenges, dann kommt da wieder so, wärst du nicht in Challenge 3 so arrogant gewesen, dann wären wir schon längst bei der nächsten Adventure-Milk. Das ist doch wahr. Oh, das ist gar nicht gut. Ich möchte das anders spielen. Das ist überall verkehrt. Oh, oh, oh. Ich möchte es klacken hören. Ich möchte es klacken hören. Aha, 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 aha. Oh, ja. Nicht wieder ohne Sprinten, Jan. Nicht wieder ohne Sprinten. Tüß offen. Tüß offen. Ja, gut. Du kannst nix zu sagen. So, dann kriegst du einen halben Slap für die Folge. Das ist ungefähr eine Folge, Jan. Eine Folge, ein halber Slap. Den hast du verdient. Äh, weißt du, jetzt mache ich das erste Mal wieder meinen Parcours und den werde ich jetzt wahrscheinlich gleich voll episch irgendwo fail. Guck mal an meine Wand. Nein, die Challenges! Ernsthaft? Was muss ich tun? Ach, hier geht's raus. Oh, ich dachte kurz, hier ist noch nicht zu Ende. Aua. Oh, weißt du, das ist irgendwie lustig. Was sind du? Schon im Ende? Achso. Ja, ich muss eben live ranken, ich hab Angst. Aber guck mal bei mir, was ich gemacht habe beim Fallen. Nein! Ja, ich weiß es nicht, ich muss gleich mal gucken. Ich bin jetzt gerade rausgefallen. Hey, ich guck von hier hinten deinen Run noch an und trinke nebenbei. Was hast denn du beim Fallen gemacht? Ah, leu. Das ist ein Fackelstraß. What the fuck, ey. What the fuck? What the fuck? Franz ist gar nicht mehr dabei, ne? Und Fridolin, warst du der andere? Franz Fridolin? Ferrybert, Fuchsteufelswild. Aua, halbes Herz. Franz 2, Franz 3. 4, 5 und 6. Nee. Nee, nee. Fimmelchen wollte auch einen F-Namen, heißt jetzt Fimmelchen. Die hängen hier jetzt alle. So, das ist jetzt aber easy peasy machbar. Ich weiß nicht, vielleicht muss der Regen zwischendurch. Oh, wobei, oh, da kommt ein Dreiersprung. Du hast noch einen Dreiersprung am Ende. Jetzt fällst du da noch tausendmal. Boah, ich hasse das hier. Aua. Das ist so lustig. Aua. Dein Dreiersprung schaffst du. Ich dachte auch, kurz noch, hier geht's noch weiter. So, noch. Oh, ja. Oh, ja. Achso. Warte. Hä? Jetzt, achso. Ich will nicht sprengen. Was sagt am Sprengen? Komm, komm. Boah, Alter. Achso, jetzt musst du teleportieren. Danke. So, wir hatten ja mal so eine Frage an den Erbauer, die Erbauerin. Mach mal nicht, was es mir nicht erwartet ist. Hat sie mir schon mal geschrieben? Ich bin so vergesslich. Diese Zwischenräume, die hier kommen, sind die, um die Türen hier aufzumachen? Ich würde das einfach mal interessieren, bautechnisch. Okay, vier. Was sich neckt, dass... Aha, ich dachte, du sagtest das gerade, weil ich den Namen Herrbauerin der Erbauer nicht wusste. Nee, nee, das war schon durchaus auf die Challenge bezogen. Okay, gut, geschlagen. Ich kann nicht ins Bett. Du warst schon im Bett, oder? Okay. Dann machen wir mal acht. So. Ich wurde mich wieder rausgedrückt. Aus dem Bett. Kannst du ein bisschen im Bett? Ja, ich war im Bett. Ich war im Bett. Achso. Ich bin nämlich rein und direkt wieder raus. Sprich, es heißt... Was ist denn hier? Wer klappt? Hm. Ich glaube, wir müssen gleichzeitig draufdrücken. Ich glaube... Alter. Hä? Eins. Zwei. Drei. Drei. Okay. Weiter. Achso. Ich weiß nicht, dass es gibt. Der es abgeht. Diese Challenge geht es zwar darum, dass einer der beiden Spieler die Challenge abschließt, jedoch spielen beide Spieler ihr gegen eine. Hier ist es, den anderen Spieler hinabzustoßen und somit zwei Punkte zu machen. Wer 20 Punkte erreicht hat, der gewinnt. Und auf den Verlierer wartet eine üble Bestrafung. Lass dich die Spiele bügeln. Das ist ja schon fast witzig. Hm. Oh, ich habe voll viel Schaden gekriegt. Halbes Herz und so. Ach, scheiße, ich dachte, die können wir uns hauen. Ich ahne Böses. Nein! Ah, ich habe es befürchtet. Das ist genau das passiert. Ich sehe es. Alter, ich bin gestorben, weil ich den Sprung hier nicht gepackt habe. Oh, ich muss ja jetzt ernsthaft. Jetzt muss ich hier anders den Weg machen, oder was? Ach so, okay. Ah, ich glaube, das war schlecht. Ach so, das wäre passiert, okay. Da hochkomme ich nicht. Das heißt, ich kann eigentlich nur versuchen, irgendwie zurückzukommen. Mal neu zu starten, etwas zu. So ein hart Assi-Versuch, ja. Dieser Assi-Schwurm. Okay, das macht man wirklich nicht, ne? So. Man muss auf diesen Scheiß-Pimmel von dem Zaun springen? Das ist ja ein Mega-Assi. Äh, ja. Jetzt haben wir einen Knopf. Ich will einen Knopf haben. Wasser zu treffen ist ganz schön schwer. Ernsthaft? Ich bin runtergefallen, weil ich den Knopf bei mir gedrückt habe. Das ist doch ein Frecher, Hett. Den Knopf gedrückt. Um die Ecke auf den Zaun. Ich habe das ja schon geschafft. Machbar, ja. Ich auch gerade. Ja, toll. Jetzt war ich nochmal runter. Ernsthaft? Jetzt hattest du noch einen Punkt bekommen? Das ist ja... Jetzt kriegst du Punkte, weil ich fail oder was? Auch, ja. Wir sprechen nicht drauf. Mann, ich war da vorne und bin nur runtergeschubst worden, weil ich mich selber runtergeschmissen habe. Nein, ich bin über den Pimmel drüber gerutscht. Ich habe nur keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll, weil... Ja, dann warte mal auf mich. Kann man... Ist das ein Vierer? Boah. Das ist ein Vierer machbar. Ja, ne? Boah. Gut, dass wir keine Druckplatten sind. Das ist ein Vierer machbar. Ja, das sind deine Lieblingssprünge, du Affe. Aber da ist ein Holzknopf. Ich will den irgendwie ausfahren, aber es geht nicht. Ich vermute mal, der wird ausgefahren... Oh mein Gott. Jetzt fail ich noch, damit du rankommst, oder wie? Ich sag mir das nicht mit dem Fail, damit du rankommst. Gutwunsch zum Verlust. Ich glaube, wir müssen... Ich glaube, wir müssen... Sechster Punkt. Wir müssen, glaube ich, beide an der einen Stelle den Hebel drücken, damit es einfacher wird. Nichts mache ich einfacher für dich. Nur weil wir beide den Hebel drücken, wird es einfacher. Ich feile gerade hier am Anfang so oft. Ich war ja schon da vorne, bei dem Knopf. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das da weitergehen soll. So, da runter an die Leiter? Ernsthaft? Nee. So, ich mach den Hebel einfach mal an. Wird schon seinen Sinn haben. Oh nein, das ging nicht so. Ey, teleportier mich weiter. Oh, lo, Josch. Ich wurde hier teleportieren, Mann. Ich war gerade im Sprung. Du solltest auf deine Seite rübergehen. Ja, ich geh ja schon. Ich wurde hier teleportieren, ich kann nichts dafür. Wie man es einfach trotzdem überlebt, auch wenn man das Wasser nicht trifft. Was, ich hab den bei mir auch gedrückt. Ja, aber ich war schon da nicht auf dem Block. Jetzt hab ich mir schon so viel drauf. Affe. Ich stand auf einem davor. Ah, das hätte ich hart genutzt. Ich stand auf dem gleichen wie du. Auf dem in der Ecke, dachte ich zumindest. Nee, ich stand nicht auf dem in der Ecke, ich stand auf dem einen davor. Ja, deswegen hab ich extra gewartet und mich umgeguckt. Affe. Ja, nur logisch mitgebracht. Mann. Was verdient zu failen. Mann, ich treff den Pimmel nicht. Das hört sich irgendwie falsch an. Ja, irgendwie schon, ja. Eine gewisse Art und Weise hört sich das sehr falsch an. Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Nichts ist das, was dagegen. Hätte das welche so. Denken und machen und tun. Ah, Spieler 2 hat ein paar Kurs schaffen, erhält zwei Punkte. Was? Bitte. Oh mein Gott. Ey, darf ich jetzt nicht? Nein, ich fall runter, dann 10er Punkt. Oh, ich wollte teleportiert. Ja, schön, weißt du, wo ich jetzt bin? Ich mach dir. Ich bin jetzt bei dir. Moment. Ja, weißt du, ich mach dir gerade Punkte. Ich kann dir nichts tun. Ja, komm. Komm, du hast, du hast die Puppe. Ach, toll. Jetzt bin ich wahrscheinlich auf deiner Seite wieder. Ah, ich bin auf meiner Seite. Okay, du hast, du hast gewonnen. Ja, Glückwunsch, hast verdient. Wo muss ich jetzt hin? Äh, keine Ahnung. Ich glaube, wir können jetzt hinten durch. Was? Ich weiß noch nicht so recht, was hier passiert ist. Warte. Lass immer noch die Diamant-Tür zu. Du hast gewonnen, weil ich in deinem Scheiß-Raum-Siegesraum teleportiert wurde und auf einmal bin ich da ganz rumgesprungen auf den Scheiß-Platten. Okay, ich glaube, da durch diese Niederlage, auch wenn sie nur halb verdient ist, kriegen einen Scheiß-Raum. Habe ich, glaube ich, auch einen halben Slap verdient. Das heißt, wir sind Quid. Entweder du... Oh mein Gott. Kann ich hier irgendwie auch raus? Wenn du das doch geschafft hast. Warte, was passiert, wenn ich nochmal auf den Knopf drücke? Autsch. Weißt du was? Ich guck mir das jetzt mal da hinten an. Äh, unbekannter Befehl. Ja, Leertaste. Oh, das ist aber frech. Ja, das wäre frech, wenn ich so weit vorhin mal gekommen wäre. Ja, das ist auch frech. Ich wurde jetzt teleportiert, obwohl ich mal gucken war. Ich würde den Hebel auch mal umlegen, oder? Ach so, das kann natürlich sein, dass du... Ja, jetzt ist... Wie frech ist das? Ach so, du kannst entscheiden, wo der Vierersprung ist damit. Gehen wir hinten raus? Ja. Warum können wir nicht raus? Oh, Jan, jetzt lass mich nicht hier so ein... Ob du da oder da den Vierer hast, das ist Jacke wie Hose. Ich kann aber keine Vierersprünge. Ey, warte, es muss doch langsam auch mal einfach Ende sein. Vielleicht, dass ich gewonnen habe, müsste er eigentlich doch hinten aufgegangen sein, oder? Ich trau mich nicht. Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! What the fuck? Ich wurde teleportiert. Hi. Was sind die am Handlerfinale? Ey, ich glaube, die Challenge ist eigentlich vorbei. Wollen wir mal nach hinten... Ja, wir gehen jetzt beide durch unsere Dings-Stars, einfach. Dann mache ich mich auch mal kurz Game-Mod 1. Pass auf, dass du nicht zu nah an diese Redstone-Fackelgedönse da ranfliegst, weil du sonst automatisch teleportiert wirst. Ich fliege am besten außen dran vorbei. Okay. Wie zum Sneak-Spiel, wenn du dich sneaken möchtest. Sollte ich nicht. So, dann schalte ich jetzt mal Game-Mod um, wieder. Du bitte auch dann. Und dann den Knopf drücken, ne? Ja, 3, 2, 1. Bereit, Nummer 1, 2, 3. Okay. Ja, das hat sich festgegangen. Das ist aufgegangen. Ich weiß immer noch nicht, was passieren soll. Alter. Hinten ist ein Bett. Hier kann man es auf jeden Fall hinlegen. Ja. Auch stehen. So. Alter, es ist hell hier. Ganz blöde Frage. Was sollte passiert sein eigentlich? Da oben. Böse Auer. Ja. Und das Licht wird hier geschluckt. So. Magst du solche Challenges? Oh, hier ist ein Loch am Boden. Damit du wieder zurück kannst. So, ja. Klingonisch. Klingonisch. Boah, das sieht mega hart aus hier gerade. Ich komme nicht mal zu mir. Äh, ich komme nicht mal zu mir am Anfang mal hin. Sollte da nicht gleich eine Leiter sein. Ich schaffe es. Aber das sind Vierer Sprung. Tja. Gut. Jan, das ist deine Challenge. Äh. Ja, ich weiß nicht. Warte, ich mache schon. Boah. Ach so, Niederschlag habe ich gar nicht gehört. So wirklich. well, ich weiß nicht. Vielen Dank.